In den heutigen Vivi News, Disney bringt ein weiteres Comic raus von Donald Duck und hier nämlich mit der First Appearance von Fantomias. Die Neuseeländische Post bringt außerdem Briefmarken auf Vivi raus und das das erste Mal. Und wir schauen uns auf jeden Fall unter anderem auch an, wie du da draußen mit einer Umfrage unter anderem auch ein Collectable gewinnen kannst. Das sind sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi Uji mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge Themen wieder mit dabei. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir hier lange rumschnacken, sondern direkt rein ins Thema starten. Aber erst, wenn du da draußen definitiv den Kanal hier abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Und da du das jetzt gemacht hast, würde ich auch sagen, let's go und viel Spaß mit dem gesamten Video. Ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit dem nächsten Comic, was wir hier sehen werden. Und zwar nämlich von Donald Duck mit der First Appearance of Fantomias, also dem Superhelden, den sozusagen Donald Duck spielt als Doppelleben. Und das sind aber die Kammer, die wir hier sehen werden an dieser Stelle. Ich persönlich finde dieses Comic unfassbar gut, beziehungsweise auch diesen Charakter. Ist einfach ein absoluter OG-Charakter in diesem gesamten Universum. Und deswegen definitiv ein Drop, den ich mitnehmen werde. Ich habe auch auf GoCollect schon geschaut, was da preislich so geht. Da sieht man aber ganz, ganz schnell, dass da viele Comics nicht wirklich viel wert sind. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine First Appearance, die sehr, sehr interessant ist. Und natürlich auch an sich die Comic-Cover gefallen mir persönlich jedenfalls extrem gut. Schreib du mir auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, was du von dem Comic hältst. Und ob du das ganze Comic mitnimmst oder auch nicht. Das ganze Comic selbst wird am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und dementsprechend auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Drop, den man definitiv mal mitnehmen kann. Nachdem die USPS den ersten Startschuss gegeben hat, was Briefmarken angeht, kommt jetzt auch die neuseeländische Post mit dazu. Und hier werden wir nämlich am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit den ersten Drop sehen von neuseeländischen Briefmarken. Und das muss ich wirklich sagen, gefällt mir extrem gut. Das Ganze wird außerdem hier im Blindbox-Format Waitlist stattfinden. Ganz wichtig. Mit insgesamt sieben Briefmarken, die wir sehen werden. Und mir gefallen hier auf jeden Fall auf dem Bild auch schon die Briefmarken wirklich extrem gut. Die sehen wirklich schön aus, muss ich sagen. Besonders gefällt mir die hier oben mit den Palmen. Könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne unten in den Kommentar schreiben, ob ihr das Ganze hier mitnehmen werdet oder nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier tatsächlich das Ganze auch wieder bei einem Droppreis vom um die sechs bis sieben Gems sehen können. Nicht allzu teuer, beziehungsweise sehr teurer auf jeden Fall als die anderen Briefmarken. Ansonsten kannst du unter anderem aber auch da draußen an einem Giveaway, kann man so sagen, teilnehmen. Und zwar macht nämlich Vivi gerade eine Umfrage. Dort kannst du unter anderem ein Collectible bekommen von insgesamt 20 Stück. Und dementsprechend, ich packe dir den Link unten in die Beschreibung und dann kannst du da auf jeden Fall dann teilnehmen. Ist, finde ich, eine relativ coole Umfrage. Seid auch gerne ehrlich, schreibt ein bisschen mehr und dementsprechend würde ich sagen, viel Glück. Ich drücke euch die Daumen und ab zum nächsten Thema. Ansonsten kann ich auf jeden Fall euch nur empfehlen, euch nochmal den Collector Talk anzuschauen, der heute stattgefunden hat. Beziehungsweise ich muss mal schauen, wie es in der Zeitverschiebung ist. Auf jeden Fall schaut euch auf jeden Fall den Collector Talk an. Hashtag Sex mit Enrico und auch Chris zusammen war wieder ein sehr spannender Talk. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall noch das nächste Thema an. Und das nächste Thema ist hier auf jeden Fall nochmal ein kleiner Reminder. Denn bis zum 10. Juni habt ihr hier noch Zeit, das Gauntlet zu craften, um den Thanos-Airjob am 17. Juni dann zu bekommen. Wenn ihr es bis dort nicht gecraftet habt, beziehungsweise nicht in eurem Vault habt, dann werdet ihr auch keinen Airjob bekommen. Dementsprechend hier auf jeden Fall nochmal der kurze Reminder. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.